Heute bauen wir einen richtig coolen CSS-Highlight-Effekt. Los geht's! Hey Leute und herzlich willkommen zu einem neuen YouTube-Video. Heute geht es um CSS und ein bisschen JavaScript. Und zwar werden wir hier so einen CSS-Highlight-Effekt machen, dass eine Markierung in einem Text so aussieht, als wäre man mit so einem Textmarker drüber gegangen ist. Das habe ich letztens bei einem Blog gesehen. Ich fand das ziemlich cool. Und wir werden das Ganze noch ein bisschen verfeinern, weil dort ist das quasi einfach nur ein Hintergrundbild. Und das finde ich ein bisschen langweilig. Deswegen, wenn wir das Ganze ein bisschen customizen, dass wir das ein bisschen random machen, dass nicht jeder Highlight gleich aussieht, sondern jeder Highlight so ein bisschen unterschiedlich ist. Und das Ganze ist ziemlich cool. Wenn ihr auch da Fragen zu habt oder wenn ihr euch mit anderen austauschen wollt, ganz oben wie immer ist ein Link zu Discord. Join the Community, sagt hallo, tauscht euch mit anderen aus. Ansonsten legen wir es direkt los. Viel Spaß und auf geht's! So, das ist das, was wir heute bauen werden. Ihr seht hier quasi einen Text. Das könnte überall eurer Text sein. Hier haben wir Marker drin, insgesamt drei Stück. Die gehen auch teilweise über verschiedene Zeilen. Und wir haben quasi jede Zeile, jeden Marker, so wie man das kennt mit so einem Textmarker, hat und ist ein bisschen unterschiedlich. Wir haben hier mal ein bisschen mehr Border, hier unten mal ein bisschen weniger. Und das ist überall ein bisschen unterschiedlich. Was heißt, jeder Marker sieht unterschiedlich aus. Und wenn wir das hier aktualisieren, seht ihr, dass die Farben und der Rest sich auch immer ein bisschen anders ansehen. Was heißt, es ist immer so ein bisschen unterschiedlich. Und wenn man so einen Block hat, in so einem Scribble-Look oder so, denke ich, dass es ein ziemlich cooler Effekt ist, auch wenn es nicht wirklich schwer ist. Das alles findet ihr wie immer unten in der Videobeschreibung auf codepen.de, wenn ihr das live angucken. Ansonsten legen wir jetzt los und gucken mal, wie schnell wir sowas hinkriegen. So, los geht's mit unserem eigentlichen YouTube-Tutorial. Ihr findet hier meine Standard-Entwicklungsumgebung. Wir werden heute in der Index-HTML, in der Main.sas und hier oben in der Main.js-Datei arbeiten. Hier in der Main.index bzw. in Index.html habe ich nicht sonderlich viel, außer quasi zwei Paragrafen mit ein paar Marker drin. Wir nutzen nämlich hier dieses Mark-Attribut bzw. Element und nicht irgendwie ein Strong oder irgendwas anderes, sondern das ist halt syntaktisch korrekt. Ansonsten machen wir hier nicht sonderlich viel, dass diese Marker hier an der Seite schon so gelb aussehen. Das ist die standardmäßige Browser-Syntax. Damit haben wir quasi nichts zu tun. Das sieht man auch hier, wenn man unsere Main.sas anguckt. Wir haben hier im Prinzip einfach nur die Farbe für unseren Text allgemein gestylt. Und wir fügen jetzt hier noch ein Attribut hinzu. Beziehungsweise wir sagen jetzt in unserem P-Tag wollen wir gerne alle Marker ansprechen. Und hier wollen wir sagen Box Decoration Break auf Clone. Es kann hier Clone oder Slice sein. Standardmäßig ist Slice, glaube ich. Und das bedeutet einfach nur, wenn ihr beispielsweise einem Element eine Hintergrundfarbe gebt oder ein Hintergrundbild. Und das wird fragmentiert beispielsweise in drei Zeilen, wie man das hier sieht. Das ist ja ein HTML-Element. Es wird aber auf drei Zeilen fragmentiert. Dann wird jetzt der Style quasi auf jedes dieser Elemente geklont. Und das ist ziemlich cool, weil so sieht das halt jedes Mal aus wie so ein Markerstrich. Auch wenn sich die einzelnen Zeilen dann ein bisschen ähneln. Das könnte man natürlich jetzt auch noch viel aufwendiger abfangen. Aber das wird in den Rahmen dieses Videos deutlich sprengen. Außerdem müssen wir jetzt dafür sorgen, dass unsere Marker erstmal unsichtbar sind. Und dafür sagen wir Background Transparent. Wenn wir das jetzt abspeichern, verschwinden unsere Marker. Aber der Text ist immer noch da. Sie haben nur keine Hintergrundfarbe mehr. Das nächste oder jetzt quasi alles passiert in unserem wunderbaren JavaScript-File. Und hier müssen wir jetzt erstmal alle Marker finden. Das machen wir mit ConstMarker gleich und dann DocumentQuerySelectorAll. Und hier drin wollen wir jetzt alle Elemente mit dem Namen Marker fangen. Und wenn wir hier uns das Ganze mit Marker und Console.log ausgeben lassen und das hier mal kurz einlesen, sehen wir hier unten. Wir haben drei Notes, die wir zurückkriegen. Und das sind unsere drei Marker. Was heißt, das hat schon mal wunderbar funktioniert. Das nächste, was wir brauchen, ist Farbe. Dafür kopiere ich mir einfach nur mal ein Array rein. Das sind nämlich drei RGB-Werte. Das ist einmal so ein Pink-Wert, ein blauer Wert und mein Orange-Wert. Diese drei quasi zwischen den wir später wechseln. Das könnt ihr natürlich später austauschen durch eure Farben oder auch nur durch eine Farbe, falls ihr nicht wechseln möchtet. Ansonsten gehen wir jetzt erstmal durch unsere Marker durch. Was heißt, for each, für jeden unserer Marker, wollen wir jetzt quasi unseren Code einmal aufrufen, um dann hier einige Funktionen aufzurufen. Und das erste, was wir machen, ist addBorderRadius. Und hier übergeben wir unseren Marker. Natürlich würde das jetzt erstmal failen, deswegen sagen wir hier oben jetzt addBorderRadius als Funktion. Hier erwarten wir, dass wir einen Marker bekommen, also ein HTML-Element. Und was machen wir mit diesem Marker? Wir sagen hier einfach marker. und hier style.BorderRadius. Und hier können wir jetzt einfach einen Template-String definieren. Und hier brauchen wir jetzt ein Random. Und in unserem Fall sage ich 2 und 10. Was heißt, wir wollen hier eine Random-Zahl zwischen 2 und 10. Und das Ganze ist quasi einfach nur ein Pixel. Beziehungsweise das kopieren wir uns jetzt drei-, viermal, also dass wir das viermal stehen haben. Nämlich für oben links, oben rechts, unten rechts, unten links. Also das sind diese vier Werte, die wir hier haben. Aber ihr bemerkt, wir haben hier eine Random-Funktion, die existiert noch nicht. Die sollten wir daheim mal kurz aufrufen. Daher sagen wir jetzt hier const random gleich. Und hier sage ich min, max. Und das haben wir in unzähligen Videos schon gemacht. Ich return hier einen Wert. Und dieser Wert ist mass.return mass.round. Das heißt, wir wollen eine gerade Zahl zurückgeben. Und hier sage ich mass.random und mass.random mal, Klammer auf, max minus min und hier plus min. Und das erzeugt uns einfach nur eine zufällige Zahl zwischen unserem min und unserem max-Value. Das findet sich so in jeder Definition. Das ist quasi Standard-Syntax für JavaScript. In dem Moment, wenn ich das jetzt abspeichere, sollten wir hier schon mal was generieren. Und wenn wir jetzt hier reingehen, sehen wir, dass unsere Marker einen Border-Radius haben mit 3, 4, 3 und 3 Pixeln. Also es passt. Und wenn ich das jetzt hier aktualisiere, seht ihr, jedes Mal verändert sich unser Pixelwert hier. Also das können wir schon mal als Bestanden abhaken quasi. Das nächste, was wir jetzt brauchen, ist neben unserem Border-Radius, würden wir gerne auch ein Padding vergeben. Das machen wir auch mit addPadding und hier übergeben wir auch unseren Marker. Und wer jetzt aufgepasst hat, natürlich brauchen wir hierfür auch eine Funktion. Das heißt, wir sagen, okay, wir haben hier einen Marker, den wir unserer addPadding-Funktion übergeben. Und auch hier sagen wir marker.style.padding. Und auch hier machen wir einen Template-String und returnen uns zwei Werte. Nur zwei, weil wir für oben und unten quasi das Gleiche machen, also für oben, links, rechts und so, das Gleiche machen wollen. Und hier sagen wir jetzt nicht ganz so groß, sondern ein bisschen kleiner. Das heißt, wir sagen hier irgendwas zwischen 0 und 3 und hier zwischen 0 und 8. Und das Ganze speichern wir jetzt kurz. Und in dem Moment seht ihr hier unten, Padding taucht auch auf. Und jedes Mal, wenn ich aktualisiere, sehen wir, dass es neuen Padding gibt. Das ist also schon mal ziemlich cool. Diese Sachen funktionieren. Jetzt kommt das eigentlich Entscheidende. Und zwar sagen wir hier unten, okay, wir wollen ja auch noch einen Hintergrund. Und hier übergeben wir natürlich auch einen Marker. Und hier müssen wir jetzt auch eine Funktion dafür erstellen. Und die braucht auch wieder einen Marker, mit dem sie arbeiten kann. Und hier sagen wir Marker.Style.BackgroundImage. Das ist mir ganz wichtig, da wir nicht nur einen Hintergrundfarbe vergeben, sondern einen Gradient. Und dieser Gradient ist linear. Das heißt, wir wollen einen linearen Gradient von links nach rechts oder von oben nach unten. Und das müssen wir jetzt als erstes machen. Das heißt, wir sagen to und eröffnen uns hier ein bisschen JavaScript in unserem Template-String und sagen jetzt random 0,1. Und wenn diese Zahl gleich 1 ist, also mit einer 50% Wahrscheinlichkeit, dann soll er uns doch bitte hier einfach left return. Und wenn das nicht der Fall ist, also random 0 ausspuckt, dann soll er uns doch bitte right returnen. Und in dem Moment, wenn ich das mache, ist schon mal die Richtung unseres Markers komplett zufällig. Und hier hinter können wir jetzt weitermachen. Hier muss nämlich jetzt unsere Farbe rein. Und das nennen wir create Gradient Path. Das Ganze kopieren wir uns jetzt, machen uns hier eine neue Funktion. Die erwartet nichts von uns, also keine Parameter. Die returnet uns aber einen String. Und das Ganze soll natürlich auch ein Template-String sein. Und in dem Moment ist unsere Funktion hier unten mit unserem Marker fertig. Allerdings bekommen wir hier oben noch nichts zurück. Wir könnten jetzt natürlich einfach hingehen und sagen, okay, wir haben hier unseren ersten RGB-Wert. Warum kann ich den nicht rauskopieren? Und zwar unseren ersten RGB-Wert. Ich sage hier mal RGBA. Zack. Und hier 0,5. Und da ein Gradient immer mindestens 2 braucht, können wir hier auch 2 kopieren. Und in dem Moment haben wir jetzt hier schon wunderbar ein Gradient drin. Allerdings ist der immer gleich. Also wenn ich hier aktualisiere, der sieht hier unten, sieht man es auch immer identisch aus. Und das ist schon mal das Erste, was wir jetzt auf jeden Fall ändern wollen. Und zwar wollen wir hier auf gar keinen Fall diese 0,5, also die Deckkraft, immer identisch haben. Wir wollen hier etwas zwischen 0, beziehungsweise zwischen 0 nicht, sondern wir sagen zwischen 50 und 100. Und das Ganze teilen wir durch 100, sodass wir einen Prozentwert bekommen. Und wenn ich das jetzt abspeichere, seht ihr, es ist schon mal so ein bisschen Verlauf drin. Wenn ich das jetzt hier auch noch mache, dann seht ihr, okay, es sieht nie so richtig gleich aus. Also immer wenn ich aktualisiere, sehen die Farben ein bisschen anders aus. Das funktioniert schon also mal. Das Problem ist jetzt, wir haben immer nur einen Verlauf von links nach rechts. Da sind keine Brüche zwischen. Und wer es kennt mit so einem Textmarker, der merkt, okay, das ist nicht immer so einheitlich, dass es immer ganz geraden Verlauf gibt. Deswegen sollten wir jetzt als erstes mal hingehen und sagen, wir wollen unsere Farben einmal definieren. Das heißt, wir sagen jetzt hier const color stops und definieren uns mal eine Anzahl. Das heißt, wir sagen, okay, random zwischen 2 und 10. Das heißt, wir wollen irgendwas zwischen 2 und 10 stops in unserem Code haben. Das nächste ist color selected. Und hier sagen wir unser globaler Color Array. Da wollen wir einen Wert zwischen 0 und, beziehungsweise da müssen wir erst mal noch eine random Funktion einklinken. Das heißt, wir sagen random zwischen 0 und color Punkt links minus 1. Und haben jetzt quasi eine zufällig gewählte Farbe und eine zufällig gewählte Anzahl von Stops innerhalb unseres Gradients. Und was wir jetzt brauchen, ist, wir sagen uns hier eine Variable, die heißt einfach nur stops. Das ist ein leerer String. Und unsere Funktion später return nur noch diese stops und nicht mehr an diesen ganzen String dahinter, sondern das kommt jetzt mit einer For Loop. Was heißt, wir sagen i gleich 0, i kleiner color stops, i plus plus. Was heißt, wir laufen hier einfach mal so lange durch unsere For Loop, bis quasi unsere Anzahl an Stops erreicht ist. Und was wir jetzt machen müssen, wir sagen hier drin stops gleich stops plus was auch immer unser neuer Wert hier ist. Und unser neuer Wert hier ist quasi immer ein Array, beziehungsweise ein Array, sage ich schon, ein String von, das muss ich mal eben sauber machen, ist quasi immer ein Teil von so einem RGB String. Was heißt RGB aufmachen, RGB zumachen, dann brauchen wir als erstes hier unseren wunderbaren Color, unsere zufällig gewählte Color. Was heißt, wir sagen Color selected, das ist das erste, was wir hier reinschreiben. Dann machen wir ein Komma und dann kommt unser Random Wert für unsere Prozentzahl. Und alles, was hier hinter ist, brauchen wir eigentlich nicht mehr. So, warum hat das hier einen Fehler? Das ist der Fehler, das ist hier der Fehler. So, jetzt ist richtig. Das heißt, wir generieren hier einen Farbcode, indem wir RGB aufrufen, fügen dann unseren random generierten Farbcode von hier oben ein und fügen dann eine zufällige Helligkeit in Prozent dahinter, sodass wir hier sowas rauskriegen wie 0.85 oder so. Dann wird das hier eingefügt und in dem Moment wird das an Stops angehängt. Und hier am Ende müssen wir nur noch Stops returnen und sonst nichts mehr machen. Und wenn wir das jetzt abspeichern, in dem Moment sollte eigentlich was passieren. Irgendwas passiert noch nicht. Wir haben hier hinter das Komma vergessen. Und vor allem, wenn wir hier jedes Mal ein Komma dranhängen, müssen wir am Ende auch das Komma wieder abziehen. Das habe ich natürlich vergessen. Das heißt, wir sagen Stops gleich Stops Punkt Substring und hier sagen wir 0 Komma und Stops Length Minus 1. Das heißt, wir ziehen einfach das letzte Komma ab. Und jetzt sollte es eigentlich funktionieren. Loggen wir mal. Mal sehen, woran es liegt. Dann werden wir gleich schlauer. Das ist irgendwie noch leer. Warum ist das noch leer? Ja, natürlich, unsere Loop läuft ja nicht wirklich durch. Jetzt läuft sie durch und wir sehen hier, es gehört auch alles korrekt generiert. In dem Moment, wenn ich das jetzt abspeichere und hier aktualisiere, sehen wir, es wird jedes Mal sauber zu neuen Farben gesetzt. Es sind jedes Mal neue Stops drin. Und ihr könnt das, wie gesagt, ziemlich customisen. Was heißt, ihr könnt verschiedene Farben einbauen. Ihr könnt auch nur eine Farbe nutzen. Ihr könnt auch die Range der Helligkeit hier verändern. Wie stark das decken soll. Ihr könnt auch sagen, okay, das soll teilweise mega transparent sein. Ihr könnt auch sagen, okay, es soll viel weniger Stops geben. Es soll mal ein, mal drei geben und so weiter. Was heißt, da könnt ihr oder ist eurer Kreativität kein Stopp gesetzt. Und wie immer findet ihr das ganz unten in CodePen verlinkt. Und wir sehen uns nächste Woche wieder. So, das war es schon wieder für diese Woche. Wenn euch das Video gefallen hat, hinterlasst einen Daumen hoch oder einen Kommentar unter dem Video. Ansonsten, wenn ihr Fragen, Probleme, Kritik oder sowas habt, ganz oben in der Videobeschreibung jede Menge Social Netzwerke. Ansonsten findet ihr dort auch jede Menge Affiliate-Links, wo ihr diesen Channel supporten könnt. Ansonsten sehen wir uns nächste Woche wieder. Bis dahin, viel Spaß und ciao. Bis dahin, viel Spaß.